Schmalzeit, meine Damen und Herren. Es ist wieder soweit. Tverakelödet. Wat? Jepo, der hat langweilig mit seiner eingebildeten Freundin. Ja. Ich hab hier irgendwo ne Sprachdossi drin. Immer wenn ich ein Spiel starte, erzähl ich irgendwas. NVIDIA! Nein! AMD! Ich hab schon Rekord gedrückt. Ich tippe. Fortfahren! There is no limit to the reaches of our dominion. Aber immer noch das gleiche Game wie vor zwei Wochen. Ja! Du hast keine Ahnung, wie lang das ist. Also, wir machen ja Sightseeing. Das ist so geil. So, wir sind jetzt endlich in New Orleans. Und das hat lang genug gedauert. Lang genug. Dafür ist es sehr schick. Oh. Die explodieren ja gar nicht. Blaskowitsch. Ja. Sie müssen unbedingt auf die andere Seite der Mauer. Suchen Sie nach irgendeiner Öffnung, durch die Sie ins Innere kommen können. Ich kann gar nicht gegenlaufen oder gegen schwimmen oder doch? Komm, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Geht nicht. Der kann sogar seitwärts schwimmen. Der kann sogar seitwärts schwimmen. ist das echt also spiele echt da wird ganz schön geschrien aber perfektes bild zum perfekten screenshot platz lack schon wieder passiert es ist echt großer gott captain ich sehe von hier oben kaum zivilisten ich hoffe wir sind nicht zu spät hey Okay. Die Zeit wird knapp. Das wissen wir selbst. Ich wollte erst noch ins Wasser gucken. Guck hier. Deswegen habe ich es nicht gesehen. Das war im Schlambus. Ich sitze im Zug nach Hamburg. Ich sitze im Zug nach Hamburg und weiß nicht wo ich schon war. Die Nacht schiebt noch in Gresden. In Berlin zur Frühstückszeit. Ist gut jetzt. Och guck mal was wir alles noch nicht haben. Da gibt es so viele Sachen die wir nicht gesehen haben. Das ist schon traurig. Okay. Da ist was drin. Ja. Ja. Sag mal. Was ist das für komisches Auto? Joys Brief. Ich koche vor Wut. Ja. Viel Glück dabei. Hoffentlich schmeckt es nachher. Das ist doch. Ja. Ja. Ich bin daikka. Da ist das Ausbildungsstift. Ich bin da. Du bist da. Jawoll, Weitführer! Was ist das? Hallo, Mäuschen! Gold! Jimmys Postcard is celebrating our troops. Ja. Ja, ich weiß, da müssen wir hin. Retten Sie Amerika. Oh, es gibt einen anderen Eingang. Hoppala! Alarm! Alarm! Anfrage bestätigt, Herr Kommandant. Druck ist gleich bei Ihnen. Einmal mit Profis. Was ist das? Jetzt weg! Wasser bleiben, Männer! Oh! Ja! Oh! Was? Wie? Wer? Wo denn? Du! Shut the fuck! Wo war der denn? Ach Leute, hört doch mal auf! Ja! Schnauze! What? Däh! Okay. So! Lass mich mal schnell hier runter. Dankeschön! Dankeschön! Oh! Halt dich jetzt da raus! Äh! Nie! Frööööow! Entschuldigung! Ey! Jennifer Hinz! die Kniescheibe weg. In die Nüsse. Entschuldige. Hui. Der war mies. Nein. Und it burns, burns, burns. Der warme! No! UNTERTITELUNG Privatlimit erreicht. Gibt mir Stoff. Oh. Ein Donut. Pssst. Genau so. 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 Hier lag doch noch irgendwas. Da. Zeitung. Terror Billys Hinrichtung mit höchster Einschaltquote der Geschichte. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Oh. Kommste runter. Er bleibt oben. Oh. Donut. Maschinenkommandantiges. So Hygiene und Gesundheitsprobleme von Häftlingen. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay so tight. Nee, 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 nee. Ja. Tadaa! Oh, ne Karte. Das ist gut. Der deutsche Computer. Typisch Bethesda. Seit wann können wir denn... Egal. Perfekt. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Ja, das könnten wir mal tun. Das Sturmgewehr ausgerechnet. Nagelgewehr. Die Kugeln werden von dem Abschluss erhitzt. Die fliegen langsamer, versuchen aber deutlich mehr Schaden. Der Schockhammer. Verbesserungskit verfügbar. Der Rotor. Lädt alle drei auf einmal und schießt dann. Drücke C, um diese Verbesserung für die rechte Waffe zu aktivieren und Y für die linke. Aha. Querschläge, Granatensplitter, Branden von harten Oberflächen, Kampfpistole. Ne. Diesel. Ne. Handgranate. Handgranaten. Zersplitterung. Wenn du sie wirst, zerfetzt die Splittergranate mit einem hochenergischen Metallsplittergegner in der Nähe. Warte mal. Magnum. Höherer Schaden, stärker Rückstoß. Lauter. Weiter das Magazin. Schall gedämpft. Schall gedämpft. Magnum. Wir nehmen Magnum. Naja. Das war nicht so viel, aber okay. Gesundheit. Dankeschön. Next. Hier. Here comes Johnny. Bock auf 400 Kilowatt Strom in der Hand. Ist nicht wahr. Jetzt muss ich die Scheiße ablegen. Muss ich. Ja, nimmst du jetzt mal. Äh, hä? Moment. Das ist doch offen da drüben. Ich hab dich. Ich hab dich. Weih путet. Hier. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh mein Gott. Ja. Das ist doch offen. Okay. Na gut. So. Da sind wir durch. Horten? Die American Bank. Als wäre der Dollar noch was wert. Yes, sis. Ah komm schon Hündchen. Jetzt ist die abgehauen oder was? Warte mal. Oh, viel zu hoch. Muss ich mich jetzt doch mit der anlegen? Oh Mann ey. Okay. Nein. Okay. Ja Freundchen, komm alle her. Ja. Ich komme. Hier kam's. Gianni. Aua. Brennt. Im Wasser ersoffen. Okay. Verschanzt. Finden Sie sie. Gewinnen Sie sie für unsere Sache. The American Bank. Als wäre der Dollar noch was wert. Ist sie jetzt wieder abgehauen? Jetzt. Jetzt. Wär ich geputzelt? Ja. Wieso ist das rot? Kann ich mit dem Ding runter? Scheiße. Was nein? Ah, du fällst uns wasser und lässt es los. Scheiße. Ist nichts. Geh' auf die Bewegung! Ah, mit der Dicht! Geh' auf die Bisse! Hey, ja, mit der Dicht! Geh' auf die Position! Hab' ich gesagt! Aua, sag' mal! Weg da! In die Arschbacke! Das ist eine gute Ecke hier! Das ist eine richtig gute Ecke! Gefangene! Gefangene! Heute ist Inspektionstag! Versuchen Sie nicht, sich zu widersetzen! Dies ist eine Maßnahme zu Ihrer eigenen Sicherheit! Durchgeführt vom Gesundheitsministerium! Jeder, der den Anweisungen der Inspekteure folgt, erhält Nahrung und Wasser! Schönen Tag noch! Das hat er nicht gesagt, oder? Gefangene! Heute ist Inspektionstag! Versuchen Sie nicht, sich zu widersetzen! Dies ist eine Maßnahme zu Ihrer eigenen Sicherheit! Durchgeführt vom Gesundheitsministerium! Hm, klar! Jeder, der den Anweisungen der Inspekteure folgt, erhält Nahrung und Wasser! Schönen Tag noch! Gefangene! Heute ist Inspektionstag! Inspekteure des Gesundheitsministeriums werden jetzt für Sicherheit sorgen! Bleiben Sie ruhig und folgen Sie den Anweisungen! Im Anschluss gibt es Wasser und etwas zu essen! Schönen Tag noch! Dann fragt man sich manchmal, warum Landon sie so lange braucht! Ja, guckst du nur ran! Kommen wir hier zu nix! Ständig werde ich aufgehalten! Sightseeing! Oh! Oh! Was wäre o não- Eine Bewegung! Huh!? AntlaubsfatTwo! Granate! Sapete! Uh Oh! Zeit! Komm jetzt da hoch! Wo sind wir? Gefangene, heute ist Inspektionstag. Versuchen Sie nicht, sich zu widersetzen. Doch. Ach, halt's da raus. Mauern von New Orleans fertiggestellt. Okay, es geht wirklich da lang. Was ist das hier? Achso. Ich möchte da nicht ins Wasser. Können wir das nicht anders lösen? Wo? Ich kann die Tragödie nicht rückgängig machen, aber die Verantwortlichen bestrafen. Da ist sie. Hey, du! Okay. Welches? Only an enemy skulls around after dark. Gefangene, heute ist Inspektionstag. Versuchen Sie nicht, sich zu widersetzen. Dies ist eine Maßnahme zu Ihrer eigenen Sicherheit. Durchgeführt vom Gesundheitsministerium. Jeder, der den Anweisungen der Inspekteure folgt, erhält Nahrung und Wasser. Schönen Tag. Das ist eine Autowerkstatt. Kann man da rein? Äh, ne. Oder doch? Hat er nicht was davon gesagt, eine Abkürzung zu nehmen? Durch irgendein Haus? Das da? Das da. Warte mal, das geht bestimmt auf. Ach, Mäuschen, was machst du denn da? Nicht da dran. Du musst da weg. Du musst da weg. Ja, sonst brennst du dir den Pelz. Sonst brennst du dir den Pelz. Da kannst du rein. Ich höre noch ganz deutlich laufen. Ich höre noch ganz deutlich laufen. Perfekt. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Schon wieder? Na dann. Äh... Machen wir das Nagelgewehr dran? Komm, wir machen das Nagelgewehr dran. Hey, komm her. Heff! Töckleee Riecht verbrannt hier. Haha. Genau. Ich muss mal kurz tanken. Ach, wo ist noch genug drinnen? Doch. Na wo ist denn der Trupp? Ich weiß nicht, wo ist noch genug drinnen?